Mein Name ist Conny Niedrig, Kriminaloberkommissarin. Ich zeige doch zu lügen, sonst ziehe ich mich aus. Mein Name ist Berni Kuhn, Kriminaloberkommissar. Bleiben Sie stehen oder ich... Conny, mir ist langweilig. Scheiß langweilig. Mensch, Berni, mir auch. Es passiert aber auch nichts. Gar nichts. Conny Niedrig, Kriminaloberkommissarin. Hm. Drei Ölöffel Zucker und 250 Gramm Butter. Okay, tschüss. Ja und? Ach, verweilt. Scheiße, ein Königreich für'n Mord. Mensch, Berni, ich hab ne Idee. Echt? Ähm, Frau Dings? Frau Dingsbums? Ja? Würden Sie bitte mal kommen? Ja, was gibt's denn? Oh! Geil, ein Mord. Ich ruf die Spurensicherung. Nein, ich ruf die Spurensicherung. Okay, ruf du. Mach du. Du, ich muss nicht. Na dann. Switch! Switch! Switch!